Ich kann da nochmal ein General rauskommen, hier sind neun Stück in dieser Festung. Warum geht nicht einer mal raus und greift gegen diese Generäle, anstatt die Gefreite vorzuschicken? Sie Idioten, jetzt ist diese Festung leer, weil da nur Gefreite drin waren. Na super. Fuck you, muss ich jetzt diese Festung abreißen oder was? Nur weil die anderen zu faul sind? Ja. Tschüss. Na ja. Egal. Da, da sind meine Münzen. Was ist damit? Festung wird schon wieder angegriffen. Wo nehmen die diese vielen Leute her? Sie haben von Anfang an Schmiede gehabt und so und Münzen gebaut und so weiter. Ja, trotzdem. Alter. Ich bin übrigens jetzt der Beste mit militärischer Stärke. Oder? Ach nee, doch nicht. Irgendwie sind meine Statistiken gemeint, wäre es verwirrend, dass ich die, ich mach die mal aus Versehen aus oder so. Nee, ich bin doch nicht der Beste. Aber ich bin besser als mein Gegner jetzt, weil er ein bisschen dumm ist und nicht angegriffen ist. Ja. Und ich hab irgendwie Glück. Er hat immer noch nicht getroffen mit seinen Katapulten nur. Das tut weh. Ich will nie mehr. Ich zieh dich zurück und baue dich größer auf. Ja, was bringt denn das? Dass du ein bisschen mehr Zeit hast, dich aufzubauen. Ja, aber er hat genau die gleiche Zeit, sich noch weiter... Nein, 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 nein. Wenn du dich zurückziehst mit einer, was weiß ich, mit einer Verteidigungsreihe aus Festungen, dann hast du die Zeit, die Festung mit Generälen zu füllen oder deinen Soldaten zu verbessern. Aber er muss mit seiner Front nach vorne kommen, wo er möglicherweise keine Generäle oder guten Soldaten in seinem Lager hat, um die überhaupt, um dagegen anzukommen. Somit hast du an der Front... Ja, das bringt mir aber trotzdem nichts. Somit hast du aber dann an der Front... Das bringt mir trotzdem nichts, weil ich nicht mal, wenn ich jetzt... Also ich hatte ja schon relativ viel Zeit jetzt. Und nicht mal da sind die Festungen halt voll geworden. Ich schweige denn mit, äh, mit Reelen. Oh, was geht denn hier, Steil? Hier sind ganz, ganz viele... Ganz, ganz viele Soldaten in meinem Lager. Ich glaube, dieser Kampf... wird kein Kampf, den ich überleben kann. Also, ich meine... Ich glaube, der hat ein paar Gefreite, ich habe ein paar Gefreite. Sieht interessant aus. Ein General von ihm ist weg. Einer von mir ist, glaube ich, auch weg. Ja, noch einer. Meine Güte. Noch ein General von mir weg. Ja, die werden alle drauf gehen, weil da einfach zu viele Gegner sind. Nein, 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 nein. Äh, äh. Wollten schon noch da in die Wachstube reingehen. Das wird ja nichts. Das wird ja nichts. Kannst nicht bringen. Ja, da hat er mir ja gerade gut zugesetzt. Wollten schon noch da in die Wachstube reingehen. Pardon. Ich habe genug, oder? Ich habe noch da... Ich bin ein Ball baru. Ich bin ein Ball. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ja nie. Komisch. Das ist ja nie. Komisch. Das ist ja nie. Komisch. Das ist ja nie. 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 Das ist ja nie.